Dieser Beitrag wird Ihnen von Timmans Café, Restaurant und Lounge präsentiert. Timmans finden Sie im Herzen von Chemnitz. Im Timmans fand wieder einmal ein Treffen der Xen-Gruppe Chemnitz, Erzgebirge und Vogtland statt. Dank des hervorragenden Service bei Timmans fühlten sich alle Gäste bei Fingerfood und Getränken rundum wohl. Der Inhaber des Timmans hat reichlich Grund, sich zu freuen und zu feiern. Also am 28. April, werden wir praktisch drei Jahre alt, haben uns etwas Besonderes ausgedacht. Diesmal gibt es eine ganz tolle Roland-Kaiser-Show mit dem Roland-Kaiser-Dubel, Steffen Heidrich. Es geht 19.30 Uhr los, Eindruck ist frei, wir laden alle ein, die mit uns feiern wollen und hoffen, dass die Gäste zahlreich erscheinen werden. Im Laufe der Veranstaltung konnten wieder viele neue Bekanntschaften geschlossen werden. So manches Gespräch brachte Interessantes zu Tage, so auch die tolle Geschäftsidee eines Ehepaars. Konkret, und zwar bedienen wir die Damen und Herren mit Mode nach Maß zum Konfektionspreis. Unser Service ist praktisch, dass wir zum Kunden kommen, in die Firma oder nach Hause, ihn dort umgehend beraten, Maß nehmen und vier Wochen später wieder persönlich ausliefern. So zeigte sich wieder einmal mehr, dass auch in wirtschaftlich kritischen Zeiten mit guten Ideen Geld verdient werden kann. Um so interessante Menschen wie das Ehepaar Krause kennenzulernen, sollte man an Xing-Treffen wie diesen teilnehmen. Okay. So, ich glaube, ich bin ganz zobaczybar. So, dann vahe ich doppel вам, somit schönen Morgen eine behaviorsquare, ich bin des bidest Teams. Vielen Dank.